So, Rechtsprechung. Es ist dem einen oder dem anderen oder der anderen vielleicht schon einmal aufgefallen, vielleicht auch weniger, dass wir publizierte Entscheide haben und nicht publizierte. Darüber können wir in einem separaten Video mal sprechen. Der Hauptpunkt ist, wenn man publizierte und nicht publizierte Entscheidungen hat eines Gerichtes, das haben wir beim Bundesgericht, dann wird ja im Verlauf des Publikationsprozesses entschieden, soll das publiziert werden oder soll es nicht publiziert werden und welche Teile davon sollen publiziert werden. Ein publizierter Entscheid soll typischerweise die Rechtsprechung beeinflussen, also Grundlagen der entsprechenden Rechtsprechung darstellen, soll generell, abstrakt, allgemein gelten und nicht nur im einzelnen Fall. Hat eine grössere Bedeutung, ein publizierter Entscheid. Wenn ich bei meinen Entscheidungen bestimmte Erwägungen nicht publiziere, dann heisst das, dass ich sie eben sehr viel einzelfallspezifischer anschaue und nicht für allgemein bedeutend einschätze. Das ist so die grundlegende, etwa schwerpunktmässige Einschätzung. Jetzt muss man dazu sagen, wenn das so ist, und Lehrer der Rechtsprechung sind sich eigentlich einig, dann kann es nicht richtig sein, wenn das Bundesgericht in publizierten Entscheidungen auf nicht publizierte Erwägungen von sich selbst verweist. Es verweist also auf etwas in einer publizierten, allgemeingültigen oder wichtigeren Aussage, auf etwas, das es nicht allgemeingültig erachtet und deshalb nicht publiziert. Das findet regelmässig statt und ist trotzdem falsch. Meine Assistentin Frau Bermetz sagt mir gerade, und das ist natürlich richtig, dass die sprachliche Unterscheidung von publiziert und nicht publiziert unglücklich ist, weil auch die nicht publizierten Entscheider natürlich publiziert sind. Was gemeint ist, und da hat sie natürlich recht, publizierte Entscheide sollen den Charakter haben von Leitentscheiden und nicht publizierte haben eher den Charakter von Einzelfallentscheidung. Und man sieht jetzt relativ deutlich, wenn man bei einem Leitentscheid auf einen nicht publizierten Einzelfallentscheid verweist, dann hat man ganz offensichtlich damals entweder einen Fehler gemacht, da hat man gesagt, das ist nur ein Einzelfallentscheid, sonst kann ich ja nicht darauf verweisen, oder der Verweis ist nicht gültig, weil ich eben keine Leitentscheidung habe, die das so sagt. Das beliebig spielen, wenn es mir gerade passt, verweise ich darauf und sonst sage ich, nein, nein, das ist nur ein unpublizierter Einzelfallentscheid, das geht nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020